Der Bied, was geht? In Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis ins Jahrbausiedlung Der Bied, was geht? In Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis ins Jahrbausiedlung Irgendwann gibt der Schatten und der heftig warmen Winter Wovon ich hier rede, ist ein riesengroßer Gesamt Auf der Straße steht mit einem 30 Euro, die fanatisch gesehen hat über Premium Auf der Straße steht und alle dreht sich auf, dann wie so ein Arschgesicht, das ist ein Premium Geht euch ein Mädchen aus dem Hügelang, als ich über die Letze, die ihr hielt Dann hat sie noch ein paar Verwandte, da wird sie zu spielen Die ganz grunde, dicker Tag, mal nur die Kraft, danke, euer Mann, man muss so einer guten Biedung Der Bied, was geht? In Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis ins Jahrbausiedlung Der Bied, was geht? In Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis ins Jahrbausiedlung Im Sommer gibt der Schatten und im Winter wird der Wach Schön, wovon ich hier rede, ist ein riesengroßer Arsch Mein Rotwein und mein Kumpo passen rosalig Satz Wenn ich dein Hirn ansehen, denke ich, der Mond ist aufgegangen Alle Leute auf der Gegend sind sich der Mann bewegen Und die Kaffee plänen, so richtig geil Alles ganz vergönnt sich mehr, ich mach Dicke einen Player Und bleib mich an ein Bildratei Achtung, die Bullen sind auch da Der Bied, was geht? In Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis ins Jahrbausiedlung Der Bied, was geht? In Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis ins Jahrbausiedlung Vom Haus der Kuhle, das Böge bis ins Jahrbausiedlung Und der Kaffee, der Rund, bis in die Schatten Ich hatte von Glück bis nach Natur Jeder zeigt dasoon, der an der Geinde, wie ein Geogeht Von der Herzen Tränen, so Unbeliebe das! Die ganze lieben Zeit, in der Herzen schrien Auf der Straße stehen und alle drehen sich um Mal diesen Lars-Bizena, Superpremium Auf der Straße stehen und alle drehen sich um Mal diesen Lars-Bizena, Superpremium Erbäh, was geht? Im Deutschland geht ein Biedung Vom schicksten Willen für ne Bissens bis in die Sozialbausiedlung Erbäh, was geht? Im Deutschland geht ein Biedung vom schicksten Weg bis in die Sozial-Wirschung der Krieg in Deutschland vom schicksten Weg bis in die Sozial-Wirschung der Krieg in Deutschland vom schicksten Weg bis in die Sozial-Wirschung auf den Weg! vom Schicksten Weg bis in die Sozial-Wirschung von Seehobe von Seite Das ist mein Stiebel, das ist mein Stiebel, das ist mein Stiebel.